Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, als gebürtiger Rostocker, als Rostocker Jung, ist es mir heute ein besonderes Anliegen, zu diesem Thema sprechen zu dürfen. Auf der einen Seite ist die Abhaltung der Bukka aus touristischer, wirtschaftlicher und städtebaulicher Sicht selbstverständlich sehr wünschenswert und zu begrüßen. Ein gut organisiertes Großevent ist immer ein tolles Aushängeschild für die Stadt und natürlich auch für das gesamte Land Mecklenburg-Vorpommern. Andererseits gab es, wie Sie alle wissen, so viele offene Fragen, Probleme und Unkleiden, dass eine Abhaltung in naher Zukunft lange Zeit und bis vor einigen Tagen absolut unwahrscheinlich erschien. Außerdem sollte man zumindest erwähnen, dass es immer noch eine Menge Steuergeld ist. Steuergeld, das man durchaus auch nachhaltiger verwenden könnte. Baustellen in Mecklenburg-Vorpommern haben wir genug. Ich erspare uns allen nun aber längere Ausführungen über realistische Projektplanung und nachhaltiges Wirtschaften und Kostensteigerungen. Herr Albrecht und auch Herr Backhaus haben da schon zu ausgeführt. Glücklicherweise kam es aber vor wenigen Tagen noch ganz anders, denn die Bürgerschaft in Rostock hat sich entschieden. Nachdem sich Oberbürgermeister Matzen augenscheinlich nicht imstande sah, die Entscheidungen zu treffen, welche von ihm erwartet wurden, musste es eben die Bürgerschaft in Rostock richten mit einer, wie ich persönlich finde, ganz gangbaren Lösung. Da Matzen es alleine offenbar nicht hinbekommt, stellt man ihm zukünftig weitere Plane, mehr Personal und die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung an die Seite. Der Weg ist geegnet für die Bukka und OB Matzen hat die Beschlüsse der Bürgerschaft schlicht, einfach und ergreifend umzusetzen. Auch wenn Matzen weiterhin auf seinem Standpunkt beruhen sollte, dass er es nicht bis 2025 schaffen wird, was nebenbei erwähnt mindestens purer Defetismus oder im unwürdigsten Fall sein termeindliches Sprungbrett in die Kieler Staatskanzlei ist. Er will Minister werden. Ja, Entschuldigung, er will Minister werden. Sollten wir ihm eine letzte Chance einräumen, seinen Pflichten als Oberbürgermeister nachzukommen. Matzen hat den Willen der Wähler und gewählten Vertreter umzusetzen. Er muss die Kuh vom Eis holen und bereits getroffene Entscheidungen, Vereinbarungen mit Land und Bund sind einzuhalten, damit das Vertrauen der Menschen in die Politik nicht weiter beschädigt wird. Und ich werde mich freuen, Sie alle 2025 in Rostock auf der Bukka begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.